Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Super Mario World. Im letzten Bad haben wir einige Secret Exits geholt und ich habe mich ein bisschen in einem Eislevel schwer getan. Aber diesmal kommt hoffentlich kein Eislevel, denn wir machen einfach ganz normal weiter. Machen auf jeden Fall heute die zweite Burg. Das schaffen wir heute auf jeden Fall. So an das Level kann ich mich tatsächlich sogar noch erinnern. Was mache ich denn hier? Oh Gott, bin ich grenzdebilt? Oh, eine Feder. Feder! Ich meine, ich hätte mir auch vorher eine Feder bei unserem... Okay. Haben nichts gesagt. Ohne Witz. Ich weiß echt nicht, was mit mir los ist. Ich konnte das Spiel mal so gut. Und ich bin echt grenzdebil. So. Weg. Weg. So, beide weg. Da gibt's nichts drin. So. Ich hab irgendwie das Gefühl, da unten... Ja. Holy Crap. Wofür, wofür ist das? Das ist einfach nur ein kleiner Shortcut. Am besten kann man jetzt das ganze Level damit überspringen. Nee. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht hab, aber... Ja, da muss man nämlich die Schalter drücken, Leute. Oh Gott, Fuzzis. Fuzzis. Oh, Midway. Da ist es schon mal sehr, sehr... Da sind Fuzzy. Die guten alten Fuzzis. Oh Gott, ey. Ey, manchmal, weißt du... Würde ich mir am liebsten selber eine reinhauen. Nicht nur manchmal. Sehr oft. Soll das da jetzt ein Pilz oder sowas drin sein? Oh ja. Kannst aber nicht runterfallen. Ich... Ist das... Man hätte auch... Unten rum gehen können, aber... Ich dachte mir so, nee... Oh, da ist doch bestimmt was in der Röhre. Ja, da war doch klar, dass da was in der Röhre ist. Oh, mein Lieblingsspiel hier. Okay. Alter. Ich hab aber auch ein Pech. Ey! One up! Ey! One up! Da wären wir wieder bei 5. Das ist doch schon mal super. Oh Gott, da kommt ein Fuzzy. Da hab ich genau gesehen. Da hat da einer... Oh! Da ist das Ziel! 30! Easy! Wenigstens haben wir alle Leben, die ich verspendet hab, wieder dazu bekommen. Das ist doch schon mal gut. So! Donut Plains 4. Ihr habt zwar gerade... Ich hab... Ich hab gerade Muffins hier. Also keine Donuts, aber Muffin. Oh nein. Nein, nicht der, nicht der. Nein, oh nein, nicht der. Nicht der Bunte. Ich mag den Bunte nicht. Ach, das waren die Röhren, die... Ey, ich wollte eigentlich auf den Cooper springen. Oder besser gesagt auf den Landen. Das hat aber nicht so ganz funktioniert. Oh Gott, wenn ich jetzt noch länger hier brauche, ne? Oh nein. Dann, äh... Muss ich zusehen, dass ich irgendwie Leben fahren kann. Hammer! Da ist ein Hammer! Da ist ein Hammer! So. Guten Tag, Mr. Cooper. Tschüss, Mr. Cooper. Okay. Oh, da kann ich bestimmt rein. Ja, ja, hab ich mir schon gedacht. Da werd ich bestimmt jetzt gleich da rausgeschossen. Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist super komisch, dass die Goombas darstellen sollen, ne? So, die kann man essen. Das wusste ich. So, Yoshi. Nehmen wir einen Stern. Nehmen wir einfach einen Stern. Damit man ein bisschen durchschenkt können. Oh, 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 Moment, ich hab doch alle. So, jetzt musst du langsam aufpassen. Da, ist der Abgrund. So, kommen die erstmal. Oh Gott, ey. Nice. Gut gemacht, Yoshi. Und ins Ziel. Easy. Aber wir haben immer noch fünf Leben. Respekt. Kommt mir doch gut vor an. So, zweite Burg. Morgen. Der Gude. Der Dicke. Morgen war ja der bisschen dickere. Ach, nö. Nicht die Mini-Forms. Pilz, Pilz, Pilz. Ist ja nicht so, als hätte ich schon einen, aber... Auf Reserve. Okay. Okay. Oh, nö. Ist das Fromm's Castle? Hi. Das ist noch einer. Geht aber jetzt direkt rein. Gut. Da war meine Reflexe irgendwie so langsam wie beim Todsbrot. Oh, das war die Burg. Oh, nee. Oh, nee. Ach, nö. Ach, nö. Das kann die doch nicht. Bin ich doch zu blöd für. So, da war, glaube ich, nur Müll drin. Obwohl, nee. Ich glaube, da war eine Feder drin. In der Mitte. Ja. Das weiß ich tatsächlich sogar noch so. Da komme ich jetzt nicht so hoch, ne? Ah, da muss ich ein bisschen warten. Dreh mich ein bisschen, damit Mario ein bisschen schlecht wird. Oh, nee. Ah, ja. Oh, Gott, ey. Ah. So, da gab's nur Münzen. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Die kann man wenigstens mit einer Feder komplett töten. Wie gesagt, da gibt's so Münzen, das interessiert mich absolut nicht. Okay. Zack. Oh, sogar schön den Knochen trocken habe ich. Easy, komplett hochgekommen. Das war stark. Soll ich die da erstmal töten. Okay. Dann kann ich nur hier hoch. Oh nein, nein. Nein, es war mir so klar, dass das... Nein! Doch, ich hasse die Stelle. Ich hasse sie. Normalerweise ist die super easy, aber mit meinen Skills, die einfach momentan nicht vorhanden sind. Ist das gar nicht mal so einfach. Alles klar. Hallo. Mann! Mario! Alter, Mario, bist du... Bist du besoffen? Der Mario ist besoffen. Ganz eindeutig, sieht man ja. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ich bin da so gut durchgekommen. Pass auf, da kommt jetzt ein Knochen trocken. Okay. So, dann werden wir wieder hier. Oh, diese Stelle mit den Stacheln da hinten, die ist so scheiße. Da ist einfach punktgenau... Da musst du punktgenau springen. Und ich habe... Ich besitze momentan nicht die Skills dafür, punktgenau zu springen. Die besitze ich absolut nicht. Die habe ich mal besessen. Die ist aber schon zehn Jahre her. Mindestens. Komm, schaffe ich noch... Jawohl. Oh Gott, da muss ich aufpassen. Okay. Oh, bitte lass mich das nochmal so gut hinkriegen, ey. Das wäre so schön. Ja, guck mal her. Das habe ich aus Versehen, dass das Trampolin ein bisschen verschoben hat, aber das sollte trotzdem... Kein Problem sein. Hallo, spring, Mario! Okay, ich habe den wieder erwischt. Alles klar. Okay. So, ich habe es vorher erst mal wieder geschafft, ja? Scheiße. Oh, scheiße. Okay. Da oben ist die Bostür. Verdammte Scheiße, komm jetzt. Okay. Was ist aber hier nochmal drin? Oh, nochmal eine Feder. Nice. Okay, Morden. Der Morden, der war auch noch grün. Heute ist er. Ich glaube, grau. Ach, Morden. Ach, Morden. Mensch, was ist denn los mit dem Junge? Das kannst du gar nichts. Was hast du eigentlich in den ganzen Jahren dazugelernt? Nichts. Das hat einen Lappen. Das ist einfach ein Lappen. Okay. Okay. Aber gut. Ich will mich nicht beschweren. Thank you. Ja, bitte. Morden Cooper Jr. of Castle 2 ist now just a memory. The next area is the underground Vanilla. Vanilla dome. Oh. What traps await Mario in this new world? What will become of Prince's Toadstool? Hm. Fragen überfragen. So, willkommen im Morden, äh, im Morden, das heißt ja, im Vanilla dome. So. Wir machen das erste Level noch. Wir haben ein bisschen Bock. Hier gibt es übrigens auch ein Secret Exit. Das kann man aber, glaube ich, nur mit dem nächsten P-Switch holen. Yoshi! Nein, Yoshi. Nein, Yoshi. Ach, dumme Scheiße. Oh, zack. Yoshi! Okay, Yoshi. Ja, hier, hier wäre nämlich das Secret Exit. Da braucht man aber den roten, pinken B-Switch für. Das heißt, da können wir leider noch nichts machen. So. Okay, da ist eine Röhre. Komm mal rein. So. Oh, Gott, da war mit Sternen, ne? D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Wow! Krass. Alles klar. Midway? Oder gibt's da doch Midway? Gut. Äh. Oh, na, zu wohl. Hier geht's gar nicht lang. Da oben kann ich nicht lang. Ich bin leider nicht... Boah, da muss ich oben lang. Gut. Nein! Ich hätte nicht gedacht, dass der mich noch trifft. Kann ich die mit meiner Feder töten? Au, das kann ich. Ja gut, dann ist ja easy. Eine Flägerblume wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich würde ganz gerne... Meine... Wow! Wow! Dazu sage ich jetzt einfach mal nix, okay? Dazu sage ich einfach mal nix. Die Münzen kann ich schon mal nicht alle holen. So, du gehst mal wieder weg. Gehen wir von mir aus oben lang. Äh, zack. Einfach ins Ziel springen. Einfach ins Ziel springen. Kann mir überhaupt nix passieren. Ist doch gar kein Thema. So, ich bin gerade am überlegen, ob wir noch den roten P-Switch einfach holen in diesem Part. Weil der ist, glaube ich, gleich sogar direkt in die Ecke. Weil jetzt konnte ich nämlich in der B-Warte auch ein Sequel-Exit hat. Und das Sequel-Exit bringt uns zum roten P-Switch. Oder zum pinken. Je nachdem, wie ihr das wollt, ja? So, da ist ein komiker gestrandeter Fisch. Der stirbt einfach immer. So, da ist eine Feuerblume. Und ich glaube, hier ist die Feuerblume sogar ein bisschen besser. Oder? Ich weiß es nicht. Na, ich hoffe, die war die. Weil ich kann mich ja auch unter Wasser drehen. So, jetzt möchte ich aber selber nochmal gucken, wie man überhaupt an das Sequel-Exit rankommt. Ich weiß zwar noch, wo es ist. Ich weiß auch, was man dafür braucht, um da hinzukommen. Aber ich glaube, ich habe gerade schon die Lösung gesehen. Ich habe schon die Lösung gesehen, aber da war ich total überfordert. Und ich bin einfach... Ich bin einfach... Da hatte der Mario einfach keinen Bock mehr zu schwimmen, ja? Der hat gesehen... Oh, Alter! Ich weiß, wie ich da drankomme! Und dann war Ende. Ja, ja, der Mario. Hilfe! Oh Gott, oh Gott, ohne Feder. Oh, hier habe ich nochmal eine Feuerblume, genau. Ist ja easy. Nur ich kann halt mit der Feuerblume keine Koopas oder so töten. Also, ich meine jetzt diese... Die, die jetzt kommen, genau die hier. Die kann ich ja nicht mit einer Feuerblume töten. Aber ist ja auch nicht so wichtig. So, Mario! Schwimmen, bitte! Ein bisschen zu hoch geschwommen. War gut. So, irgendwo hier war was Geiles. Nice. Da kommt ein ekliger, ekliger Fisch! Und da ist ein Pilz. So. P-Switch nehmen. Mitnehmen. So, hier drücken. Weiter. Hier rein. Genau. Da oben... ...ist der Schlüssel. Da ist das Schlüsselloch. Easy! Nice! Und dann machen wir noch den roten B-Switch. Danach kommt ihr in Savepoint. Och, nee. Aber jetzt habe ich es eh schon ein bisschen verkackt. Jetzt habe ich erst recht verkackt. Jetzt habe ich sogar... So, komm mit. Gib mir ein leckeres, leckeres One-Up. So, dann kommst du bitte da lang. Nein! Weißt du was? Die Scheiße habe ich einfach auf das One-Up. Uuup! Okay. Scheiß nicht auf das One-Up. Ah! Soll ich da drauf springen? Ah! Ich habe noch einen 1-Up bekommen. Das ist ein pures Können, Leute. Der Bingle! Der Switch-Ballace, der Power! Der Switch, den du geflogen hast, wird die roten und die roten und die roten, die du geflogen hast, wird auch geholfen. Und das ist mein Ziel. So, jetzt kommen wir nach Secret Exit und 9. Erstmal, saven. Und dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, schaltet im nächsten Mal wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, Tschüss!